Moin, es folgt hier gleich ein kleiner Film von den Meisen Meiti Meise und Maike Meise. Die haben hier drin gebrütet und ihre Jungen aufgezogen. Aufgenommen wurde das mit einer Seacam-Wildkamera, die steckt hier in diesem kleinen Schubfach drin. Und jetzt viel Spaß! Musik 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 Hier auf dem Gnadenhof-Brödel-Kanal, da seht ihr immer wieder Filme zu Tierschutz, Artenschutz, Naturschutz und Klimaschutz. Es wäre total nett, wenn ihr den Kanal abonniert. Und vielleicht setzt ihr auch ein Like da drunter, kommentiert den Film. Denn solche Kanäle braucht die Welt. Dankeschön! Musik